Und damit willkommen zu Super Mario World mit Flash Mit Centos Ja, hallo Wie geht's? Wir hängen ja immer noch am Schloss Und irgendwas wollte ich sagen, was ich wieder voll vergessen habe Ja, das ist nichts Neues bei dir Weiß Guampi Guampi Stone ist das jetzt Bugsdown Bugsdown Und die Kleinen sind auch voll süß, ey Na, kommt er jetzt Ah, Dolf Jetzt leckt das grad bei mir Guck mal, du musst auch machen, wie ich ihn Nachmacher Headshot Ich bin zu geil Du bist viel zu langsam Alter, hat das geleckt Ja, und bei mir hat's geleckt Ausrede Ja, gucke mal in Aufnahme Ganz erste Aber mir sieht man, dass das auch leckt Ja, siehst du Ich bin zu geil, ich weiß Leggen ist kacke bei dem Spiel Weißt du, bei Donkey Kong ging's ja noch einigermaßen Aber hier Ja Manchmal ist das hier extrem Ja, diese Spiele waren einfach nicht internetkompatibel Kann sein, ja Was ist das? Ah Hochgehr, Mann Nomnom Warum Ich glaube ich hole mir den Pilz in die Alter Warum bist du müde? Warum du müde bist? Darum Ja, ich glaube Du verlierst da an der Stelle Unverwandt Ja, jetzt unverwandt Ja, im Modus benutzen müssen Aus dem Roten bekommt man glaube ich nur Warte mal, aus dem Grün gab's nur einen Pilz Na ne, grün ist Feder Gelb gab's nix, ne? Ha? Aus dem gelben Stein Ich kann überlegen, gelb wird ein Gelb, Blau Ah, guck mal, ich hab's geschafft Was hatten wir denn für Steine? Genauso musst du das immer machen Aber nicht so Nö Davon hab ich ja nicht gesprochen Grün, Rot, Gelb Blau, glaub ich Blau? Gab's? Nix, oder? Nix weiß ich nicht mehr Nix ich wissen Gelb? Gab's gelb Feuer? Gelb gab's als erstes Was gab's denn da aus? Ah ne, da gab's ein Pilzhaus Genau Gelb, Pilz Dann kam Grün Dann kam Rot Rot hab ich keine Ahnung was da drin ist Alter Weißt du, dass das extrem geleckert hat? Dass er eh kurz ein Standbild hatte Dünn Warte, ich applaudiere mir selbst Weil ich so schlecht bin Oh, nur noch dieses eine Eigentlich müsste man so'n Sound haben Ja, so'n Facepalm Sound ständig Alter, weiß ich, wie viele Facepalms sind Und dann könnten wir aus 30 Minuten Folgen 4 machen Weil dann schon 10 Minuten davon Facepalms sind Ne, aber wirklich so'n Soundboard Und dann So'n Klatschen oder so Ja, oder so'n Dün-dün-dün-dün Ja, oder so Oder so'n Jubel Das wär eigentlich geil Du stirbst Oder du stirbst Jetzt Halt die Fresse Ne, du stirbst ja gleich wieder bei dem kleinen Wo dein Pilz rückgeht Oh Ja Ja Ob du jetzt den Käse so rumlegst auf das Brötchen oder andersrum ne Kommt genau das gleiche raus bei dir Alter Es legt Turbolex Schlimm hier Diesel Abschnitt hier noch Ne? Jetzt will ich mal wieder klatschschauen Gab's nicht hier Auf I-Buttons irgendwelche Töne zum Klatschen oder so? Wurde nicht Ist mal durch Oh nein Boah Ach ja Aber ich freu mich schon auf die andere Teile Die werden noch super Noch besser Ja Ah Wo mach ich das eigentlich? Wo spiel ich eigentlich immer so riskant? Warum? Dööö 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 Döööö 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 Na meine Freunde Ach der kam da hin Scheiße Ein paar Fahrzeugen geils Modus Na komm schon Alter Guck nicht so sad Komm runter Was war das? Döööööööööööööööööööööööööööööööööö as vom它-an-ein- chef-man-t exceptchif nein so was kriegst du wahrscheinlich noch du springst ihn eigentlich steht eigentlich da drauf rennt so habe ich eine folge auch genannt es ist unten lang schock eisland 4 jawohl du musst hoch gehen hoch versuch hoch zu springen da ist irgendwas schade rutsch runter weißt du was das für level sind werden immer schlimmer jetzt werden die level geil kann man da auch stehen bleiben ja jetzt musst du das timing nur mal abpassen bei denen deswegen konnte man da aufstehen bleiben und zwar jetzt unterfall ja also weiß ja nicht was und immer ist und auch jetzt und schluss ab ach man man muss erstmal safe schaffen damit es gut läuft rutschi rutschi rutsch runter ja rutschi rutsch runter ich hab nichts gedacht zu geil der ist einfach weitergelaufen der sagt der wollte sterben deswegen ja der geht ein kleines stück weiter der ist komplett weitergelaufen eben ja der kleine der hält nicht ne ziehe ich gerade der kleine bleibt nicht ganz noch stehen hab alter sackgesicht vor zurück vor zurück vor zurück meine nase meine nase extrem elektronisch ist nicht drauf eigentlich ne immer schön im lauf ne sollte nicht vorher abstützen nein 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 kommt sendos wir haben ja genug zeit noch sind ja schon weiter als vorhin wir haben ein paar mehr level geschafft leeeeek düm 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 gu encouraged als wenn du schon stehst einfach stehen bleiben kann nichts passieren ja bleib stehen kann nicht viel passieren Oh nein, wo musst du da, musst du hin? Erst die Frage, musst du hoch? Ne, du musst runter. Oh, wie gemein. Was denn? Geil, ich hab voll gekriegt. Oh, alter Schwede. Was macht die Plattform da unten? Die haut, glaube ich, ab. Die haut nämlich ab. Die Plattform, die nämlich abhauen. Schauen wir mal das damit. Da gibt es Pilze. Aber ein Save wäre mir lieber. Okay, da kannst du auf jeden Fall hin. Ah, ist die Frage. Oh, ein bisschen. Oh, alter. Ach ja. Ah, guck mal hier. Probieren wir, was es bei Rot gibt. Bei Roti, nix. Gar nichts. Aber hier gibt es einen Pilz auf jeden Fall. Ah, guck mal, das wird aufschieben. Rot gibt es gar nichts. Gar nichts. Ist der Kacke. Und Blau, weiß ich auch nicht. Blau ist eigentlich auch noch eine Sicherung. Ja, ist es auch. Ja, Gott sei Dank haben wir ja alles. Ah. Okay. Geh nochmal zurück. Da, guck mal, da ist eine Röhre. Okay. Dass du da auf jeden Fall reingehen musst. Aber wie? Da. Ah. Das ist eine Röhre. Das ist eine Röhre. Vielen Dank.